Der Seed-Kern ist von Seed-Blüten umgeben, die den Kern auf gewisse Weise schützen. Diese Blüten sind gegen normale Waffenangriffe absolut resistent. Wir können nur dann etwas mit unseren Waffen erreichen, wenn wir über eine extrem starke Hitzequelle verfügen. Es ist das, wozu das Militär der Allianz die Bomben einsetzt. Ist das eine Methode, das Problem anzugehen? Äh, ja, das ist eine Methode, das Problem anzugehen. Ja, das war keine Frage. Was denn? Was lachst du denn? Ach, jetzt schreibe ich die Sätze um. Ja, im Kopf schreibe ich sie um. Aber wir als Guardians können nicht auf Methoden zurückgreifen, die die Natur so grausam zerstören. Genau, genau. Die Stuhl noch die Natur schützen. Das ist auch noch Greenfields, das finde ich wunderbar. Sie widersprechen der Maxime der Guardians. Jetzt, mein Freund sagt sich, ich bin im Arsch. Die Bewohner und die Planeten zu beschützen. Das ist ja hier so eine Ökotussi. Ja, ich bin Ökotussi. Genau, wir sind ja auch immer die Ökotussis. So, die sie zu ihrem Heim erklären. Deshalb wurde ein Spezialwerkzeug, der Photonenwerfer, erschaffen. Aber auch mit dieser Waffe kann man die Blüten nicht direkt angreifen. Du musst die Wurzel-ähnlichen Seed Zoma, Zoma, keine Ahnung warum, aber Zoma freilegen, um die Blüten zu zerstören. Danach kannst du den Seed angreifen. Sieht gerne. Ups. Ich habe für beide schon Photonenwerfer vorbereitet. Für euch beide. Och. Hier sind eure Photonenwerfer. Oder Photon. So wie es eigentlich im Englischen heißt. Okay, hört zu. Bei der Dekontamination geht ihr folgendermaßen vor. Seed-Dekontamination. Für Seed-Infektionen des Feuertyps werden Spezialbrillen und Photonenwerfer benötigt. Was sagt uns das? Ja, es gibt auch noch Eistypen. So, Seed-Kerne werden durch eine Anzahl von Seed-Blüten geschützt. Die Blüten können nicht direkt angegriffen werden. Seed-Zomas. Um den Kern ragen viele wurzelähnliche Seed-Zoma aus dem Boden. Bei einer Kontamination mit Feuersied werden spezielle Brillen benötigt, um sie zu sehen. Zuerst muss der Zoma freigelegt werden. Dann folgt der Photonenwerfer und anschließend wird die Standardwaffe eingesetzt. Seed-Kontamination. Nach der Zerstörung des Zomas leckt die Blüte und legt den Zitkern frei, der mit Standardwaffen angegriffen werden kann. Ab und zu können dabei Objekte oder Infocodes gefunden werden. Wenn dir etwas nicht ganz klar ist, frage so häufig nach wie nötig. Versuche jetzt, diesen Seed-Kern zu zerstören. Ja, wir haben das ja zum Glück schon mal gemacht, deswegen müssen wir wieder funktionieren. Nehm die Spezialbrille und finde die Zoma, sagt sie uns nochmal. Das machen wir aber alles schon. Funktionieren müssen hier zur Entfernung und ich kann euch raten, geht nicht zu nah an die hässlichen Teile ran, weil die sind aua-aua. Ne, das Ding ist... Ne, da unten. Weiter nach unten. Da. Ja. Und das ist so der Hauptinhalt des Spiels, die Gegend für mich im hässlichen Teile. Genau, das sollte man nicht tun. Schön, dass du es so gezeigt hast. Was, mein ich denn sein? Man muss ja mal zeigen. So, so ist richtig, finde ich, jetzt den Rest. Ja, da ist noch einer. Also, ihr seht, manchmal sind die mit seinem Feuerkreis im Geben und dann nicht. Aber am Glück tun die anderen mal was, meistens tun die anderen aber nichts, also muss man das alles selber erleben. So. Da rechts ist nur einer und da hinten auch noch. Wunderbar, beide erkannt und beide bleibt gebannt. Ha ha ha. Das ist das, was bei diesen Missionen auf Zeit immer am allerlängsten dauert. Und diese hässlichen Teile da verlichten. So, jetzt kann man auf den Kern gehen. Ich glaube, drei Schläge oder so. Na, das ist ganz schön. Eins, zwei, drei. Okay, es sieht so aus, als hättest du es raus. Lass uns die Arbeit aufteilen und die Seed-Kerne zerstören. Danach begeben wir uns zum Weideland. Oh, ich habe etwas vergessen. Es hat sich herausgestellt, dass sich die Lebensformen hier immer stärker verändern. Sorgt dafür, dass ihr auf alles vorbereitet seid. Verstanden. Was war denn hier nochmal der Endgegner? Irgend so ein mutiertes Fliegelau, ich bin mir nicht sicher. Die Dinger kannst du auch noch zerstören, da kann auch noch was rauskommen. Da, 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 da. Funktioniert natürlich auch. Der Vorführeffekt. Oh, vielleicht doch nicht so dran. Doch, da kann man natürlich nichts raus. Einer müsste noch da sein. Also es sind meistens hier bis fünf Blüten. Blüten. Ja, Blüten, nicht Bluten. Ich habe nicht versprochen. Test wird begonnen. Jetzt zerstöre die Seed und steuere die Farm an. Ich greife an, die sind in die Deckung. Ja, dann greif nochmal an, Junge. Ich bin einfach nur so in die Luft gelegt, das ist sehr, sehr unverwichtig. Wir sind jetzt schon der Weg weg, wir haben unsere tolle Trainerin schon bald eingeholt. Äh, was machst du da? Achso, ne, ein Baum ist hier nicht. Äh, Baum eventuell, aber, ne. So, hier solltest du dich auch ein bisschen beeilen, weil das läuft ja jetzt wieder auf Zeit. Jo. So. So, dann greift euch und greift an. Ja, dann greift euch an. Hau rein. Wir wollen ja das Profil für unsere Bude haben. Alles schön einsammeln. Stopp. Da hinten sind noch Kisten, also so weißt du mir noch nicht, dass du die schudern kannst. So. Da ist nix. Ich habe keine Ahnung von den Gängen hier. Ah. Reingang um Sachen zu machen. So. Ja, man kann sich ja überlegen, ob man offline, offscreen versucht, die Sachen zu bekommen, aber man kann auch später im freien Spiel die ganze Funktion ja auch nochmal machen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich eigentlich die ganze Zeit Zeit erzähle. Ja, ich meine, es wäre so, dass man, ähm, hier die Missionen beispielsweise auch nochmal machen kann. Selbst hier in diesem Spiel. verdad. Na, ich weiß nicht. Oh shit. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh wa. Die da, wir sind halt abgestimmt auf die, da, im Baum, den man scannen kann. Den musst du scannen, der ist halt jetzt aber. Tja, leider war nix drin. Ein Lehrerbaum. So, da ist aber mal wieder ein Sieb. Ja. Jetzt kommt von rechts. Genau. Oh, ich kenne das Level noch. Also haben wir es öfter mal gesehen, weil ich auch nicht in A grad nicht. Das heißt also, dass wir jetzt noch ein Sieb in A grad haben, weil wir ja jetzt mal hier sitzen und alle Sachen haben. Weil, wirklich, wenn ich in A, Sachen muss man meistens ordentlich durchbrennen. Manche Sachen hier habe ich damals noch nicht mal in meinen Magier gemacht. Ich kenne mich, dass es ein paar Level über den Drops war, dass ich die so ziemlich zuhit gemacht habe oder so. Und nicht so lange gebraucht habe. Vor allem ist es halt schön als Magier. Das hat man später also genau die alten Beziehungen gehabt. Ähm, da, ähm, kann man halt mehrere auch dann angreifen und so. Ach, über die Klasse. Ja, was? Ähm, ja, also es gibt ja die Zweihand-Boppen. Das seht ihr ja auch hier bei der guten Karen. Die hat so zwei, weiß ich nicht, was das ist, Krallen oder so ähnlich. Und, ähm, ja. Ich glaube, die heißen ja im Spiel Deutsche. Es gibt aber auch dann wirklich noch die, die wir ja auch am Anfang schon im Spiel gesehen haben. Diese Faust-Fäust-Dinge da. Diese Faust-Waffen-Dinge. Und, ähm, ihr seht ja, wir haben ja die Doppel-Doppel-Bäbel. Und, ähm, die Zweihand-Fäuter gibt es heute auch noch. Und ihr habt gesehen, gerade eben hat der Google-Luba, glaube ich, auch hier das Teil da. Ja. Beide zusammen haben. Einmal. Deaktiviert. Ich glaube, das ist schon immer. Das läuft auch nicht immer so. Zieht Core 1 zerstört. Teilweise geht das dann in der Mission bis zu 5. Ja, genau. Wir nehmen alles mit, weil wir sind ja noch nicht so reich. Wir haben ja noch wenig Geld am Anfang jetzt hier. Am Anfang des Spiels, nach zwei Stunden, ja. Das ist fast drei Stunden Spielzeit wahrscheinlich schon. Joa. Was man trotzdem noch nicht so ist. Das ist halt ein Spiel, das spielt nur halt sehr lange. Eih, stimmt. Wir haben das erste Spiel auf eurem Kapitel. Nur wirklich viel. So. Und da ist ein Tor. Ich weiß nicht, ob er da was ist. Der ist auf jeden Fall nicht gescannbar. Da rechts. Gehen wir da rechts bitte. Ich glaube, das war eine Sackkasse. Ja, das ist aber eine Sackkasse. Der Verducht ist hier verpestet mit diesen... ...Sämlingen von diesen... ...Sämlingen von diesen... ...Sämlingen von diesen... ...Sämlingen. Ja. Aber wir wissen ja, ...humanoin, ...Personen tut das nicht. Und da ist wieder so eins. Vorsicht, da kann jetzt schon eins stehen. Also nur...